Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir erleben, wie Demokratien und autoritäre Staaten zur Zeit um die Weltordnung im 21. Jahrhundert dringen. Wir erleben einen Wettstreit der Systeme. Und wir erleben, wie Europa dadurch herausgefordert wird. Der Kollege Ahrweiler hat zu Recht gesagt, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, er ist auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Er ist auch ein Angriff auf unsere Werte, auf unseren European Way of Life. Warum sprechen wir heute darüber im saarländischen Landtag? Meine Damen und Herren, weil uns das ganz konkret betrifft. Von der Energieversorgung bis zur Flüchtlingskrise. Wir sprechen aber auch darüber, weil das Saarland eine europäische Modellregion ist. Wir erleben täglich die Vorteile von Verständigung und Zusammenarbeit. Grenzregionen sind die Nahtstellen Europas. Grenzregionen sind Europa im Kleinen. Sie sind Labore der europäischen Zusammenarbeit. Grenzregionen wie wir haben deshalb eine besondere europäische Verantwortung, gerade in Zeiten wie diesen. Anlass unserer Debatte ist die Europawoche, ist der 9. Mai. Der Europatag am 9. Mai, er ist ja für uns Saarländerinnen und Saarländer ein ganz besonderer Tag. Weil uns der Schumann-Plan seit mehreren Generationen Wohlstand und Frieden garantiert. Eine historische, ja eine epochale Veränderung zum Besseren. Die Idee von Robert Schumann, die Idee des 9. Mai, sie ist auch nach über 70 Jahren immer noch aktuell, hochaktuell. Die Fragen, die existenziell für jede europäische Nation sind, gemeinsam zu gestalten, in gemeinsamer Verantwortung. Darum geht es doch im Kern. Und deshalb ist es so wichtig, dass sich die Europäische Union konzentriert, auf die Fragen konzentriert, die besser gemeinschaftlich gelöst werden, als von jedem Mitgliedstaat allein. Ich nenne beispielhaft die Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Der russische Angriff auf die Ukraine hat ja eins über und über deutlich gemacht. Unsere Sicherheit in Europa hängt entscheidend von den USA ab. Von ihrem Einsatz im Rahmen der NATO. Und für diesen Einsatz sind wir unseren amerikanischen Freunden dankbar. Aber darauf allein können wir uns ja nicht ständig und in Zukunft verlassen. Es wird deshalb allerhöchste Zeit, die europäische Säule der NATO zu stärken. Wir brauchen bei der Verteidigung mehr strategische Souveränität der Europäischen Union. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da reicht es nicht nur, von der Zeitenwende zu sprechen. Entschlossen handeln, darauf kommt es an. Ich nenne beispielhaft auch die Energie- und Klimapolitik. Wirtschaftsenergie- und Klimaschutz, Wirtschaftsenergie- und Klimapolitik gemeinsam denken und sie gemeinsam gestalten. Auch da brauchen wir gemeinsame Antworten der Europäischen Union. Und deshalb sind wir als CDU entschieden gegen die nationalen Alleingänge, die die rote Ampel zurzeit beim Klimaschutz macht. Stichwort CO2-Bepreisung für Gebäude. Die Europäische Union hat gerade beschlossen, die CO2-Bepreisung auf den Gebäudesektor auszudehnen. Die EU steigt ein, die Ampel in Berlin steigt aus und mit ihr die saarländische Landesregierung. Stichwort Stichwort Kernkraft. Immer mehr EU-Staaten sagen Ja zur Kernenergie. Und die rote Ampel in Berlin? Sie sagt Nein. Sie schaltet mitten in der Energiekrise die letzten deutschen Kernkraftwerke ab. Stichwort Heizen mit Holz. Brüssel erklärt Holz zur erneuerbaren Energie. Berlin dagegen will das Heizen mit Holz verbieten. Ein ideologischer Irrsinn, der gestoppt werden muss. Und diese nationalen Alleingänge der Bundesrepublik Deutschland unter Führung der SPD geführten Bundesregierung. Das sind nationale Alleingänge. Nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das verhindert gemeinsame europäische Antworten. Ich nenne die Einwanderungspolitik. Auch hier sind nur gemeinsame europäische Antworten auf Dauer erfolgreich. Wenn wir unsere Binnengrenzen offen halten wollen, dann müssen wir die Außengrenzen der EU besser schützen. Dann muss illegale Einwanderung konsequent verhindert werden. Immerhin auf diesen Punkt, lieber Kollege Ahweiler, Sie haben es angesprochen, immerhin auf diesen Punkt, robuster Schutz der Außengrenzen, konnte sich die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt mit dem Bundeskanzler verständigen. Da in dem Beschluss habe ich von robustem Schutz der Außengrenzen gesprochen, die 16 deutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Ein Beschluss, den offenbar auch die saarländische Ministerpräsidentin mitgetragen hat. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Europäische Union in Zukunft erfolgreich sein will, wenn die Europäische Union in Zukunft erfolgreich sein will, dann brauchen wir eine Konzentration, dann muss sie sich konzentrieren auf die großen Fragen und dann muss sie auf diese großen Fragen gemeinsame Antworten finden. Das ist die bleibende Botschaft von Robert Schumann, das ist die bleibende Botschaft und Lehre des 9. Mai 1950. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Motor der europäischen Einigung, Motor des europäischen Verständigungsprozesses waren und sind exzellente deutsch-französische Beziehungen. Ausgerechnet heute, wo die Herausforderungen riesig sind, da müssen wir feststellen, die deutsch-französischen Beziehungen sind schlechter geworden. Sie leiden geradezu. Nehmen wir nur die jüngste Rede von Olaf Scholz im Europäischen Parlament. Kein Wort zu Robert Schumann, kein Wort zur deutsch-französischen Freundschaft, kein Wort zu den Vorschlägen, die der französische Präsident zur Intensivierung der europäischen Zusammenarbeit gemacht hat. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das am 9. Mai in Straßburg, im Europäischen Parlament, am Europatag, meine Damen und Herren, dieser Bundeskanzler ist ein Bremsklotz für die deutsch-französische Partnerschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, lassen Sie es uns hier im Saarland besser machen, gemeinsam besser machen. Wir wollen diesen, das kann ich für die CDU-Fraktion sagen, diesen Leitbildprozess, den die Landesregierung beschlossen hat, konstruktiv begleiten. Aber lassen Sie uns auch nicht nur vage bleiben, nicht nur Absichten bekunden, lassen Sie uns auch dann ganz konkret werden, konkrete weitere Schritte gehen, etwa beim Thema Sprache. Die Sprache des Nachbarn, sie ist essentiell für die deutsch-französische Freundschaft. Und das ist übrigens eine Aufgabe, die ja jede Generation neu für sich entdecken und anpacken muss. Wir haben 2014 gemeinsam, 2014 haben CDU und SPD gemeinsam die Frankreich-Strategie auf den Weg gebracht. Und sie ist ja, was die Sprache betrifft, eine Mehrsprachigkeitsstrategie nach dem Motto mehr Chancen, mehr Sprachen, mehr Chancen. Lassen Sie uns jetzt weitere Schritte gehen, lassen Sie uns jetzt konkrete Schritte gehen. Wir als CDU-Fraktion, wir schlagen vor, dass die Saarländerinnen und Saarländer bessere Möglichkeiten bekommen, im Alltag Französisch zu lernen. Dazu braucht es mehr und einfacher zugängliche Lernangebote, auch für Erwachsene, digital wie analog. Lassen Sie uns aber auch mutig nach vorne blicken. Wir als CDU schlagen vor, dass das Saarland der Frankophonie, der Organisation Internationale de la Frankophonie, beitritt. Damit werden wir die erste deutsche Region. Damit werden wir das erste deutsche Bundesland, das dem französischen Sprachraum beitritt. Was für ein Signal, was für eine Chance, meine Damen und Herren. Applaus Wir sind uns einig darin, dass wir als europäische Modellregion eine besondere Verantwortung für Europa haben. Gerade in Zeiten wie diesen. Lassen Sie uns deshalb als Saarländerinnen und Saarländer mit konkreten Schritten mutig vorangehen.